Es ist Sonntagnachmittag, da habe ich mir schnell den Grill angemacht. Und noch ein fräiseres Stück. Jetzt darf ich die Teile mal wenden. Da ist zirrmig. Börkig und zirrmig. Also, das Zirrmig. Da noch ein bisschen Platz So, jetzt baue ich jetzt etwas um Die Unterseite vom Grillkopf drauf Jetzt kommen die Hähnchenteile wieder drauf Und einige Kroketten kommen auch noch dazu So, kurz vor Ende der Garzeit Die Hähnchenteile noch ein bisschen mit BBQ-Sauce einstreichen Das Bessen ist jetzt fertig Und wird es langsam angerichtet So, jetzt gibt es noch einige Kroketten dazu Jetzt gibt es noch etwas Tomaten drüber Einige Zwiebeln Die sind angebraten Mit der Funktion des neuen Thermomix Auf den Grill sind sie mir verbrannt Sie sahen aus wie die Grillplatte, Kohlrahm-Schwarz Also mache ich sie noch einmal schnell selber in Thermomix Noch ein bisschen was Grünes dazu Etwas Basilikum Etwas Kohlrabi Das Gemüse ist ja nicht zu kurz Das Gemüse ist ja nicht zu kurz Heute frisch gepflückt Einige Brombeeren dazu Ich finde, das ist ein sehr schöner, verfressener Teller Und ich glaube, hierzu brauche ich kein Fazit machen zum Schluss Das sieht man Das schmeckt Das war's dafür heute Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video